Bad Münstereifel ist eine historische Kurstadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Sie ist bekannt für ihre gut erhaltene mittelalterliche Stadtmauer und malerischen Fachwerkhäuser. Die Stadt liegt im Naturpark Nordeifel und ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber. Ein besonderes Highlight ist das City Outlet, das in den historischen Gebäuden untergebracht ist, und Besuchern ein einzigartiges Einkaufserlebnis bietet. Außerdem ist Bad Münstereifel der Geburtsort des berühmten Mathematikers und Astronomen Karl Friedrich Gauss. Geburtsort des berühmten Mathematikers und Astronomen Karl Friedrich Gauss. Geburtsort des berühmten Mathematikers und Astronomen Karl Friedrich Gauss. Geburtsort des berühmten Mathematikers und Astronomen Karl Friedrich Gauss und Astronomen Karl Friedrich Gauss ins Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.